So, und wir sind wieder zurück, jetzt auch endlich wieder mit dem normalen Mikrofon. Und was habe ich eigentlich zuletzt gemacht? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Wir haben hier ausgerüstet, wir haben 1060 auf Tasche. Und wir haben hier irgendwie diese Yidi-Missionen gehabt, die wir total versagt sind, wo wir total versagt haben. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt nochmal richtig. Wirklich so, dass diesmal nicht gleich alle sterben. Jetzt stellt euch mal ein bisschen hier so hin, dass ihr auch schießen könnt. So, dann haben wir ein Nest. Dann positionierst du dich und dann kannst du sie abknallen. So, also ihr geht nach da. Und ihr geht vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne. So, dass ihr dann auch da abknallen könnt. Dann müssen wir sie jetzt erst mit dem Held wieder hoch regenerieren. Der kriegt das ja auch mit seiner Schleuderattacke hier ganz gut hin, die Gegner aufzuhalten. So, da haben wir das auch geklärt. Ähm... Ja, Ipairam. Ja, Held, machst du auch was? Ich lasse ihn jetzt mal wieder hoch regenerieren erst mal. So lange darf der da hinten, äh, abgeknallt werden. Oder auch erst mal nur die Gegner, die davorlaufen. Das ist immer ein Organismus quasi für das Spiel. Ja, das steht ja nicht. Ja, das steht ja nicht. Wo hast du von mir da? Du bist stand. 5x5. Held, du gehst mal dich heilen. Dafür darfst du dann abknallen. So, ein Nest ist besiegt. Und dann haben wir ja nur noch die anderen. Und den Wurm. Ja, so, Held ist da ein bisschen... ...kugeskant unterwegs, würde ich sagen. Nein! So, der Held darf sich hier wieder auch regenerieren. Und der Wurm wird währenddessen abgeknallt. So. Der Wurm wurde abgeknallt. Machen wir das nächste Mal In der Hoffnung, dass das diesmal jetzt auch funktioniert Nicht wie letztes Mal, wo wir dann hier 10 Millionen Jahre daran gebraucht haben Wo wir halt keine Scharfschützen mehr hatten Der Wurm wird auch nicht geknallt So, ähm Ja, der Held, den hast du leider verfetzt Und die bauen natürlich in der Zeit wieder auf Ja, der Held nicht da ist, um ihn hier zu verteidigen Held und machst jetzt erstmal das da wieder platt Und sammelt hier auch gleichzeitig die Kristalle ein So, die nu covers my ground Das ist gut Held, du machst jetzt den Wurmplatz Dann sollte das hier auch gleich gemacht sein So, Wurm, es klappt Und jetzt schützen wir einfach mal das Nest auf Hier geht mal So, dann können wir hier nämlich ein Geschütz machen Hier haben wir so ein Arketengeschütz Das ist immer ganz nett So, dann machen wir so einen hin So, dann machen wir so einen hin Damit hier alles gesichert ist Damit hier alles gesichert ist Hier holen wir die Kristalle Die Jedi-Meister hol ich mir dann auch gleich wieder Die machen das nämlich doch, denke ich, wesentlich leichter So, dann understoodet ihr mal Die kann ich auch umrüsten prinzipiell Die Jedi-Meister zurück Ähm, was geht denn hier ab? Hilfe Wir haben lange durchgehalten diesmal Da holen wir dann wieder die Anderm So Wir brauchen wirklich die Jedi-Meister Bevor wir hier irgendwas schaffen Nein Out and out On your attack Days ago Ivan, of course I speak your tongue But I love Anagrams Die werden auch nicht festgemacht Very well Granted Ihr zieht euch mal zurück Positioning Shoot and scoot Over in ground Stationing Shut up Dann machen wir hier nochmal In der Stukial-Attacke A-T-L-U-C Formation Ja, wie soll man denn hier überleben? Wenn man noch mal zwei Meter rausgeht, dann hat man hier gleich wieder 20 Millionen Gegner, die auf einen kommen Den Helden muss ich jetzt auch erstmal regenerieren lassen, weil so ist der aktuell keine Hilfe Verwirbel Genau zu Und tr congressional Bewegt Auf gilt ich mit dem drüben mal wieder und machen hier erstmal auch mit dem Helden wieder regenerieren. Also den kann ich auch wegschicken und wieder wiederholen. Gut zu wissen. Aber hier mit den Truppen erstmal und der Held sich regeneriert. Dann hätte ich den Held begenerviert. Dann schicken wir dich auch mal wieder da rein. Und dann haben wir hier das Nest Platt. Das komische Zentakelvieh haben wir platt gemacht. Jetzt haben wir jede Meister. Es ist ein Grieb. Ein Nude. Was? So Truppe. Ihr geht erstmal in den Basislager zurück. Davon ist zwar glaube ich auch ganz gut so klar, aber... Ich will es nicht riskieren. Aber ein Interface. Ich bin ein Einwander. Ich bin ein Wander. Das geht mit zurück. Positionieren. das hat ihn genau hat er genau noch geschafft und jetzt ist er auch wieder platz und da ist ein das war mit den jedi da haben wir irgendjemanden gerettet wieder so wir retten hier grad leute ohne ende die sprüche kommentare wird sehr bekannt vor würde ich sagen zieht euch zurück und hier haben sie ja wieder zurückgezogen wo haben wir den helf hingestellt natürlich haben wir hier auch wieder da haben wir wieder die gastauftritte von komischen menschen die uns überhaupt nicht bekannt vorkommen ich schick mal an die vor dann habt ihr hier mal alles geklärt was ist immer wichtig so vermischen annau schütz ins geht was können wir noch holen Die zweiten Roboter nehmen wir noch. Stationing. Du sollst da verteidigen. Ich vermisse meine Zeit in Minarea. Anilorak. Trailer der. Oh, und da. Ich denke, wir sind da nicht mehr hin. Stärken wir auf jeden Fall mal. Ich gehe hier nur darum, den Jedi Meister in den Rückenfreiheit zu verhalten, damit die ja ihren Auftrag erfüllen. Eines Neckes besiegt. So. Die Jedi Meister haben hier, das sieht erfolgreich aus. Juhu. Juhu. So, da hätten wir dann die nächste Mission, die machen wir jetzt aber nicht mehr. Ja, haben wir erstmal hier wieder ein Level immerhin geschafft. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das einfach zu einer Folge jetzt hier, die dann halt irgendwie 20 Minuten geht, warum auch immer. Aber gut, die Feuerwehr hätte auch eh erst am Wochenende kommen sollen. Aber aktuell bin ich hier wegen Bauarbeiten. Im Haus ist es immer schwierig zu streamen, deswegen ist der ganze Zeitplan ein bisschen durcheinander gerade. Na gut, aber ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.